Hallo liebe Camper, ein herzliches Hallo aus Dingelspül. Ihr seid wieder bei uns, bei Mega Caravan und ich wollte euch einfach heute mal wieder zeigen, wie weiter es mit unserem Carthago gehen, was wir alles gemacht haben, wie wir verbaut haben, was heute in Dingelspül alles passiert ist, weil auch hier hat sich ein bisschen was getan. Nein, hat sich nichts getan, aber wir hatten heute einen kleinen Besuch vom Herrn, ich sag nicht Herrn, vom Götz, WCS war hier und war ein wunderschöner Nachmittag und danke dir Götz für deinen Besuch, also war echt toll, hat riesig Spaß gemacht, wie immer, also echt top und ja, von dem Mann kann man einfach nur lernen, also er weiß schon echt, was er macht und was er tut, höchsten Respekt. Und dann noch, was uns unsere lieben Kunden vorbeigebracht haben, auch mega, ganz lieben Dank auch dafür, echt top, also wir kriegen ja auch schon ab und zu Gummibärchen und Kastenbier für die Jungs in der Werkstatt und 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 heute hat meine Frau einen wunderschönen Blumenstrauß gekriegt, also auch echt mega und ich habe auch was schönes Gericht, ein italienisches Öl, sehr schön, bin schon ganz gespannt, wie es schmeckt, also da freue ich mich auch richtig drüber. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich euch mal auf die Hand, heute mal direkt so und dann schauen wir mal in die Werkstatt. Hier haben wir nämlich schon, wupp, schaut mal, ist der Blumenstrauß nicht schick, also richtig traumhaft und den hat meine Frau heute geschenkt, also ganz, ganz lieben Dank, das sind mega liebe Kunden und ich habe auch hier das tolle Öl bekommen, also auch mega, echt top, also nochmal ganz, ganz lieben Dank, falls ihr zuschaut, war super süß. Hier nochmal, nicht vergessen, es ist immer noch am Start, ich blende es wieder ein, ich weiß, ich gehe euch ein bisschen auf den Senkel, aber ich muss das tun, Endspot, Endspot, wir sammeln fleißig weiter und kommt auch richtig, richtig was zusammen und ich sage immer wieder ganz lieben Dank, ganz lieben Dank für alle, die ihr da mitmacht, ihr seid echt spitze, super lieben Dank und jetzt gehen wir mal ab. So, jetzt sind wir schon hier bei unserem Cartago und jetzt schauen wir mal rein, was haben wir hier gemacht, wie weit sind wir hier, ist natürlich ein bisschen Action und man muss immer wieder sagen, so ein Einbau, mal eben schnell Solaranlage und zwei Batterien dazu, ist schon immer ein Act. Cartago ist ein bisschen ein spezielles Fahrzeug, hat man immer so das ein oder andere Feature, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Hier haben wir die Position gewählt, hier haben wir die zwei neuen Lithium verbaut, hier haben wir die drei Solarregler verbaut, warum drei Solarregler, das schauen wir uns gleich auf dem Dach an, also echt top Sache. Ich möchte die hier nicht ins Heck verbauen, das könnte man natürlich auch tun, aber der Weg wäre mir zu weit mit die Kabel durch Querschnitte, weil wir hier ja schon an den Batterien sind, weil hier in dem Fach, voilà, sehen wir hier, sind ja schon die zwei vorhandenen Epsilon, also sprich Super B-Akkus. Hier ist natürlich alles verkleidet, wird auch alles noch schön gemacht. Ich wollte euch nur mal zeigen, jetzt werden viele von euch sagen, ja wenn hier doch zwei sind und hier drüben zwei ist natürlich die Entfernung sehr weit. Ja, das ist richtig, weil für eine gleichmäßige Entladung sollten natürlich hier diese Kabel immer relativ gleich lang sein, wo die Kabel verbunden sind. Jetzt können wir das in dem Fall natürlich nicht bewerkstelligen, weil wir natürlich da hinten sind. Jetzt kann man hier einen kleinen, ich sage es jetzt mal physikalischen Trick anwenden, indem man einfach den Kabelquerschnitt, wo wir jetzt dahinter gehen, um ein Vielfaches höher wählt, so dass die Widerstände wieder zusammenpassen, weil es müssen ja die Widerstände, letztlich geht es um nichts anderes wie um die Widerstände, dass eine gleichmäßige Entladung stattfindet und auch eine gleichmäßige Beladung stattfindet. Und der Widerstand durch diese ganzen Kabelbrücken, der ist ja immer gegeben und der muss aber relativ gleich sein. Und das ist so ein bisschen die Kunst, das zu treffen. Und darum haben wir natürlich von hier nach da drüben in der Verbindung einen wesentlich höheren Querschnitt gewählt, damit wir das auch gewährleisten können und haben das auch schon gut ausgetestet. Also die laden bis auf ein, zwei Prozent, wo sie noch ein bisschen auseinander trefften, sehr gut miteinander und auch entladen sich gut miteinander. Und das haben wir damit ganz gut getroffen. Und ihr seht schon, hier haben wir einen wesentlich höheren Querschnitt dranhängen, wie natürlich hier. Und das ist nämlich genau die Verbindung, die nach drüben geht und dann dementsprechend das gewährleistet. Und das ist dann schon eine geile Geschichte. Also das funktioniert super gut und das haut ganz gut hin. Das haben wir gut hingekriegt, dass die sich wirklich schön gleichmäßig entladen. Ja, was machen wir hier noch? Eben die Solarregler dementsprechend, die hier verbaut waren. Dann habe ich euch ja gesagt, hier kommt das Anzeigegerät drin. Da haben wir jetzt hier schon aufgemacht, damit wir schön mit dem Kabel dann durchkommen und hier rauskommen und von da wiederum weiter nach da unten kommen, damit wir die Batterien sauber mit dem Computer verbinden können. Auch das haben wir schon getestet. Da haben wir die Verbindung schon hergestellt. Das funktioniert auch schon tadellos. Und ja, letztlich müssen wir jetzt das alles nur noch morgen schön verdrahten, verkabeln, alles schick machen. Und dann sind wir hier aber auch schon wieder durch und auch schon wieder grob fertig. Ein paar Kleinigkeiten fehlen dann noch und ja, dann sind wir hier schon wieder relativ gut am Abschluss. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz aufs Dach, weil da müssen wir euch ja auch mal mitnehmen, wie es hier ausschaut. Warum drei Solarregler? Zum einen, die zwei Platten waren ja schon gelegen und jetzt haben wir den Kunden eben mal richtig nur ein bisschen einen Schubs nach vorne verpasst. Wir haben da hinten eine drauf gemacht, eine schmale, die da sauber reinpasst. Und dann haben wir hier drüben noch mal drei Stück gemacht, also auch noch mal zwei schmale. Hier und da drüben neben der Klimaanlage. Man muss natürlich achten, das Dach ist schon ziemlich verbaut. Und davon haben wir auch noch mal eine kleine drauf gemacht und jetzt hat er richtig Power. Aber wir haben natürlich hier Solarregler. Da war natürlich ein relativ günstiger Solarregler. Den haben wir ausgetauscht in einem anständigen MPPT-Regler. Dann haben wir unsere drei länglichen Platten und die kleine davon. Und somit brauchen wir eben einfach drei Solarregler. Wichtig bei der Kabeldurchführung auch wieder, ihr seht hier unser Bobbel, der aus dem Dach steht, damit wir entsprechend die Kondensfeuchtigkeit aufhalten, falls da was passieren sollte und da nichts reinlaufen kann. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir das bewerkstelligen, damit hier wirklich alles hundertprozentig dicht ist und nie was rein kann. Da haben wir schon geprimert, alles fertig gemacht. Da werden morgen die Kabel noch gar durchgezogen und dann sind wir da eigentlich durch. Nicht wundern, da haben wir überall nur ein paar Kabelkanäle. Was natürlich nicht ganz so glücklich ist, würde ich so nie tun. Die Firma Cartago hat es halt so gemacht. Die Kabelkanäle alle aufs Dach geschraubt. Ja, kann man so tun. Muss man halt schön abisolieren. Aber kann man natürlich nicht mehr ändern. Das ist halt so. Aber mei, da sage ich jetzt gar nicht so viel dazu. Ja, ansonsten haben wir wieder sauber gearbeitet. Das ist jetzt alles schon so grob fertig. Da müssen wir jetzt, wie gesagt, morgen kommen die ganzen Kabel runter, wird alles angeschlossen. Vorgearbeitet ist alles. Und dann ist es auch schon wieder fit. Heute hat sich das wieder ein wenig gezogen. Warum? Weil wir natürlich wieder einen kleinen Notfall da hatten, so einen Tageskunden. Es war echt ein geiles Auto. Ich konnte es leider nicht filmen. Einen über 30 Jahre alten Kastenwagen Mercedes-Benz selbst ausgebaut. Heute war eine richtig geile Kiste. Aber da hat der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Den mussten wir da noch ein bisschen nachhelfen und ein bisschen instand setzen. Das haben wir auch gewährleistet heute. Und dann hat das Ganze auch schon wieder funktioniert. Aber somit hat hier ein bisschen was gebremst. Aber morgen holen wir dann schon wieder das nächste Auto dazu. Und ja, so geht es weiter mit der ganzen Sache. Und was ich euch auch vorstellen möchte, was wir nämlich jetzt auch schon im Programm haben, ist hier unser 60 Volt Modul. Natürlich echt eine tolle Sache. Also muss man wirklich sagen, ich schiebe das mal so ein bisschen darüber, dann sehen wir so ein bisschen den groben Unterschied. Das ist ja das 50 Volt, 100 Watt Modul von der Firma WCS. Und dann haben wir hier das 60 Volt Modul von WCS. Das ist eine 130 Watt Peak. Das ist natürlich schon echt ein Knaller, das Ding. Also das macht richtig Power. Also das muss man sich mal geben. 60 Volt. Also das Ding ist schon mal eine richtige Nummer. Da bin ich richtig gespannt drauf. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das macht richtig Spaß. Da kann man mal nur richtig powern auf dem Dach. Und wenn man da ein bisschen Platz hat, da kriegt man richtig was runter. Und ich werde das auf alle Fälle für euch testen auch. Muss ich zwar nicht, weil das schon super geil ist. Aber ich will da ein bisschen was ausprobieren. Ich möchte auch mal ein bisschen messen. Mal gucken, was da alles runterkommt. Also das ist bestimmt interessant. Und da freue ich mich schon richtig drauf auf das Modul. Das haben wir jetzt auch im Programm. Also das ist auch bei uns zu haben. Genauso wie natürlich die ganzen anders. Das Active Fire und so weiter. Wo wir ja eh schon haben. Genau. So. Ja, in diesem Sinn. Wie gesagt, morgen machen wir den gar durch. Und dann schauen wir das nächste Projekt an die Woche. Da bin ich auch schon wieder gespannt. Da holen wir euch dann auf alle Fälle natürlich wieder mit. Und ich muss mich bei euch auch bedanken für die tolle Reaktion auf unser Tourneevideo. Mega. Also finde ich richtig toll. Also da sind ganz, ganz super, super Ideen gekommen und Reaktionen gekommen. Mega danke. Also wenn ihr es nochmal anguckt, bitte weitermachen. Also ich freue mich da riesig drauf. Wird ein geiles Projekt. Und ich finde es toll, dass ihr euch so daran beteiligt. Da macht das Ganze richtig Spaß. Also echt top. Ganz lieben Dank dafür schon mal. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es die Woche noch gar weitergeht. Und bleibt auf alle Fälle dabei. Ja, so schaut der Kartago aus. So haben wir es einigermaßen gut hingekriegt. Also ich finde es top hingekriegt und schaut richtig klasse aus. Vor allen Dingen, ich bin ja schon ein bisschen beruhigt, weil auch der WCS mal drüber geguckt hat. Nein, Spaß. Gottes Willen. War heute jedenfalls schön, dass er da war und haben ein schönes Bild geschossen. Blende ich mal ein. War richtig nett. Und wie gesagt, bitte weiter auf unser Tourneevideo reagieren. Finde ich top. Ich gebe auch dann die letztlichen Entscheidungen immer weiter. Wie wir da durchgemacht haben oder was wir da dann entschieden haben. Mit euch zusammen natürlich. Und wie wir dann da weitermachen auf alle Fälle. Das dauert natürlich ein bisschen. Ist ja ein größeres Projekt, weil wir müssen das immer so ein bisschen zwischenschieben. Weil wir natürlich von der Zeit her nicht immer so die Werkstattkapazität haben. Aber ich denke, da werden wir dann auch schon bald starten und gut durchkommen. Und da freue ich mich schon richtig drauf, dass da was passiert. Mal so ein Auto bauen, das macht richtig Spaß. Ja, in dem Sinn. Euch alles Gute. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Und abonniert unseren Kanal, wenn es euch gefallen hat. Ein kleines Like. Da freuen wir uns immer drüber. Ist für uns natürlich auch so eine kleine Bestätigung. Wie gesagt, dass das, was wir tun, auch für euch interessant ist. Und das soll sie auch sein und nicht langweilig. Ich verweise nochmal ganz kurz. Ich weiß, ich schäme mich nicht auf unsere Spendenaktion. Ein bisschen Hartnäckigkeit muss man da schon aufweisen. Ist für einen guten Zweck. Denkt vielleicht nochmal dran. Ich blende die Kontonummer nochmal ein. Wenn jemand Lust hat und noch irgendwo 3 Euro versteckt hat, wäre es unheimlich schön. In dem Sinn. Alles Gute. Bleibt gesund. Und schöne Grüße aus Dingesbühl. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.